Ich bin zum Body-Monino Ich bin zum Body-Monino Ich bin zum Body-Monino Ich bin zum Body-Monino Achso, wir wollten euch grad raus, gell? Na ja, nächste Runde Wir übernehmen einen Kontrollpunkt Nein! Bist du in dem Turm, denk ich heute? Ah, jetzt bist du mein, jetzt bist du auch mein Partner Ehrlich? Ja Ja, du meinst, ich geh einfach mal Du hast ja ledig Oh, das ist ja wie weit Wir nehmen einen Kontrollpunkt Scheint er weggerissen hat Oh, lass mich in Ruhe Ich muss ihn töten, oder? Damage reicht nicht, denk ich mal Was, Digga? Ich muss ihn töten, damit ich Leben zurückkriege, oder? Damage reicht nicht Mhm Merkmal Stufe 2 Kommt das nur einmalig, oder immer? Nö, das kannst du halt noch Ja gut, das kommt Ja gut, das kommt Das kommt ja automatisch dann die ganze Zeit Mhm Merkmal 1 Merkmal 1 Bin hat gestorben, hab ihn in der Zeit getötet Bin tot, der kommt Merkmal 1 Sehr gut Wo hat der Boba Fett her? Ja, das ist überhaupt nicht Ich hab das noch nie gesehen, wo man so'n Ding überhaupt findet Der hat den Kopf geh- Also, Hedged ist definitiv nicht One-Hit Warte, oben auf dem Also, 2-Hit ist Hedged Also, 2-Hit ist Hedged So, da war das nächste sein, was ich upgrade die Granate Ich war so nervig, das Ding Töte einen, töte einen Na Jawoll Merkmal Stufe 3 Okay Oh, jetzt war vorbei Ah, das bringt's echt aberartig, die Scheiße Juhuuu Hardcore Sniper Wir haben Skywalker, unweit von eurer Position gehaust Haltet den Jedi aus Zertai dich diesen Kontrollpunkt Überlass ihn nicht den Rebellen Hinter dir, es war dir, hinter dir Du Arschloch Huch 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 Ja, ich bin tot! So, dann klass. Wenn hier irgendwie auch kriegen, weiß ich nicht warum. Sonst machen wir ein Schiff. Ja, ich sehe das. Wir übernehmen einen Kontrollpunkt. Oh mein Gott, ich versuche nicht zu mir zu bestellen. Ah. Was hier los ist. Und irgendwie sieht mich keiner. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh nein, jemand ist ein Turm. Das habe ich auch gar gespürt. Ja, ich bin tot. Oh Gott, das hat er ins Gesicht gekriegt. Ah, ich muss die Granate unbedingt hoch. jetzt nicht zerrissen das ist ja aber gold wert mit dem scheiß wir werden ganz schön zurückgedrückt die gegner das war da eine relativ fixe runde noch oder scheiner das dauert mir allein denn los 1 ist ja gar nicht mehr springen das ist echt schlimm wenn du die scheiße immer wechselst haltet die augen nach rebelle offen wir sichern den letzten kontrol auch Ja, ne, ne Runde, ich glaube, gute Runde. Oh, orbitalangriff. War doch schön, oder? Tömpchen, ich glaube, oder? Oh, das war gar nicht Tömpchen, ich wollte Tömpchen. Scheiße. Oh, Fug. Voll ins Gesicht bekommen. Oh, von der Seite. Ja, ich, das war gerade von vorne bei mir noch. Ich hätte fast, war, viel. Viel Bang-Pang. Sie sollen ihn in den Punkt geben. Geht schneller dann, vorbei. Äh, langsamer. Ich glaube, das gefällt mir so zu spüren. Ich weiß 조금 öff infections. Ich glaube, das war nicht die andere Dinge für Pode-ACH- suitable. Ich glaube, das war ja gar nicht möglich. 50 Euro ist auf ganz Аalas. Ja, das war nicht. Ich weiß, das war ja realovers. Ich kann selbst auch gar nicht mit einem tun meistenten. Ich kann manchmal einmal aber nicht mit dem. Ich kann nicht betмыnhnen. Bis zum nächsten Mal.